Mörr-Bilder zeigen mehr. Klickt nach einem Versprecher, ist es aber nicht. Mörr, mehr OER-Bilder zeigen mehr. Dazu später. Ja, was zeigen Bilder? Cool. Das ist doch cool, oder? Oder das andere hier. Zwei Kinder, die Fußball spielen. Ein tolles Spiel, darüber kann man reden. So was brauchen wir zum Beispiel für den Fremdsprachenunterricht, für Deutsch als Fremd- und als Zweitsprache. Ich nutze das ganz viel in Zum-Deutsch-Lernen, einer offenen Plattform für DAF und DATS. Und zum Glück gibt es auch etliche Autorinnen und Autoren, die solche Bilder erstellen, die zum Beispiel können verdeutlichen oder werfen mit vielfacher mehr Bedeutung. Toll ist das. Und davon brauchen wir mehr. Denn mit wenigen Mitteln kann man viel und viele erreichen. Ja, und wo ist das Problem? Das Problem ist, wir brauchen OER-Bilder. OER heißt frei verwendbar. Das heißt, jeder und jede kann es weiter nutzen. Man kann es bearbeiten, man kann es woanders weiter publizieren. Das brauchen wir. Ja, gibt das nicht massenhaft Bilder? Doch, aber in der Regel von Schulbuchverlagen. Gut und professionell gemacht. Die darf ich aber nicht einfach so weiterverwenden. Oder auch auf Webseiten, die meistens eher kommerziell orientiert sind. Auch da darf ich natürlich es nicht ohne weiteres weiterverwenden. Ja, was könnte man machen? Toll wäre es, wenn mehr erstellt wird. Und ich habe zum Beispiel ein konkretes Problem. Im Anfangsunterricht kommt es immer wieder auf das Thema Begrüßung und Abschied. Hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Ja, und da habe ich nur dieses eine Bild gefunden. Aber ist das wirklich das beste Bild, das man hierfür benutzen kann? Sollte man nicht mehr Bilder haben, die eine Situation darstellen, die Gesprächsanlässe bieten, die zum Beispiel auch Wimmelbilder zeigen, Situationen, aus denen man ganz viel hervorarbeiten kann, über das man ganz lange sprechen kann. Das wäre wichtig. Insofern hoffe ich, dass es mehr ORR-Bilder gibt. Mörrbilder zeigen mehr. Und mit wenig Mitteln kann man viel und viele erreichen. Mörrbilder zeigen. Vielen Dank.